Zwischen Kläden und Grünwulsch befindet sich das Großsteingrab Kläden am kleinen Trappenberg. Nebenbei finden wir hier noch eine zerbrochene, sehr große Grabplatte. Wir erkennen die Worte Kläden und Darnewitz, ansonsten ist sie sehr verwittert. So, und das ist nun jetzt das Großsteingrab, auch Hühnengrab genannt, von denen es im Norden Deutschlands und auch bei uns in der Altmark sehr viele gibt. Zum Beispiel Grasau, Bretsch. Das erstreckt sich wahrscheinlich noch ein bisschen nach links. Kann man irgendwo erkennen, wo die Kammer gewesen ist? Oh, hier ist ein Riesen, hinter mir ist der riesige Felsen. Steinfeld nicht zu vergessen. Grüße aus der Altmark. kam? Halon-Purler.